So, ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier zu unserem Versuch, diese binäre Suche nachzubauen. Du kannst dir jetzt vorstellen, dass es jetzt tatsächlich ein bisschen komplizierter wird als die lineare Suche. Aber das soll uns nicht davon abschrecken. Wir fangen jetzt erstmal an und definieren ein paar Variablen. Als allererstes brauchen wir natürlich die Suchzahl. Das ist die Zahl, nach der... In dem Fall nehmen wir einfach mal die Katze, weil wir wollen uns nicht verzetteln. Dann soll die Katze suchen. Dann brauchen wir natürlich noch eine Liste. Das ist unsere Zahlenliste. Und in die importieren wir mal die Zahlen 1 bis 5000. So, da haben wir jetzt 5000 Elemente. Und allein diese Menge soll dir zeigen, dass es mit der linearen Suche ewig dauern würde. Aber das sehen wir gleich. So, also jetzt müssen wir erstmal anfangen. Und zwar soll es losgehen, wenn die Katze angeklickt wird. Also, wenn die Figur angeklickt wird. Was soll der alles machen? So, jetzt soll er auf jeden Fall einmal die... Setze die... Suchzahl auf 0. Man könnte es auch leer drücken. Dann wollen wir aber auch wissen, wie viele Versuche er denn eigentlich gebraucht hat. Das machen wir uns auch eine Variable draus. Und bauen die hier ein. Und zwar müssen wir die natürlich auch erstmal auf 0 setzen. Setze die Versuche auf 0. Die haben wir jetzt. So, und dann brauchen wir, um das Ganze zu berechnen. Wir haben ja eine Liste von 1 bis 5000. Da müssen wir immer die Mitte finden. Und dann müssen wir die auch irgendwie benennen. Also, neue Variable. Das ist unsere Index Mitte. Man könnte es auch einfach nur Index nennen. Aber wir belassen es einfach mal dabei. Wir setzen Index Mitte. Auch das wird initialisiert erstmal auf gar nichts. Da löschen wir alles raus. Gut. Dann brauchen wir... Müssen wir auch wissen, wie lang die Liste eigentlich ist. Dazu brauchen wir dann ein Index Ende. Also, wo hört das Ganze auf? Und unser Index Ende setzen wir auf die Länge der Zahlenliste. Und wenn wir ein Index Ende haben, dann brauchen wir auch einen Index Anfang. Warum brauchen wir einen Index Anfang? Das sehen wir gleich. Und zwar an dem Punkt, wenn wir sagen, wir brauchen jetzt nicht mehr die Zahlen von 1 bis 5000. Also vom absoluten Anfang 1. Sondern jetzt nur noch von 2500 bis 5000. Dann müssen wir auch irgendwo sagen können, da sollst du anfangen zu schauen. Da sollst du aufwählen und da ist die Mitte. Also brauchen wir noch die Variable Index Anfang. Und auch die setzen wir auf etwas. Und zwar auf 1. Damit fangen wir an. Wir initialisieren sie bei 1, weil nämlich in Scratch die Liste immer bei 1 Anfang und nicht bei 0. Das ist auch manchmal der Fall. Gut. Jetzt haben wir unsere 5 Variablen am Start, die wir hier haben. Ich sortiere die mal so ein bisschen. Wir haben unseren Index Anfang, Index Mitte und Index Ende. Und wir haben eine Zahlenliste, eine Suchzahl und Versuche. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Welche Zahl suchen wir? Also gehen wir auf Aussehen, äh auf Fühlen, Entschuldigung. Und wir fragen nach, welche Zahl suchst du? Und dann ist unsere Suchzahl diese Antwort. Also Variable setze die Suchzahl auf diese Antwort, die da gegeben wurde. Gut. Jetzt wollen wir was überprüfen. Und zwar gehen wir mal vom schönsten Fall aus. Wir haben an der Index Mitte gefunden, unsere Zahl, die wir suchen. Das heißt, wir fangen mal mit dem besten Fall an, den es gibt. Ereignisse. Nehmen wir uns eine Falls-Sonst-Verknüpfung, weil wir müssen ja wissen, falls irgendwie sowas erreicht wurde. Also und was wollen wir wissen? Falls irgendwas gleich irgendwas ist. Und zwar, falls nämlich das Element an der Index Mitte unserer Zahlenliste der Suchzahl entspricht. Also, nochmal langsam. Irgendwas soll unsere Suchzahl sein. Und zwar ein Element von der Zahlenliste. Element 1 von der Zahlenliste ist 1. Jetzt momentan ist es relativ easy, weil die einfach hier 1 zu 1 zugeordnet sind. Aber das kann ja auch eben, wenn wir jetzt nur ungerade Zahlen nehmen, dann würde das schon alles wieder nicht mehr passen. Also, Index Mitte, wie gesagt, einfach nur Index würde auch gehen. Also, wenn das Element an der Index Mitte unsere Suchzahl ist, dann haben wir die Zahl gefunden. Weil dann wissen wir, Index ist eben unsere Zahl. Das bedeutet also, dann soll er auch sagen... Und jetzt müssen wir ein bisschen was verbinden. Dann nehme ich mir mal drei Verbinder. Eins, zwei und drei. Die Zahl, Leertaste, und zwar unsere Suchzahl... ...ist in der Liste an Stelle, Nummer, Leertaste... ...und dann kommt die Index Mitte. Oder einfach nur Index. Und das soll der mal für... ...hier fünf Sekunden sagen. Und dann ist natürlich... ...oder wir machen mal drei Sekunden. Und dann ist noch interessant, wie lange er gebraucht hat. Das könnten wir jetzt auch noch da reinklatschen. Wir teilen uns aber auf. Und zwar... ...so, da brauche ich dann auch wieder zwei Verbinder. Dafür habe ich nur so und so viel Versuche gebraucht. Ausrufezeichen. Und das ist unsere Versuche-Zähler-Geschichte. Gut. Das ist jetzt der Optimalfall. Und wenn der eintritt, dann darf er auch aufhören zu arbeiten. Das heißt, ich gehe hier auf Stoppe, alles. Dann ist fertig. So. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass eben unser Elementindex Mitte kleiner ist als die Suchzahl oder größer ist als die Suchzahl. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal einen Schritt nach oben gehen. Und zwar fangen wir einfach mit der Variable an. Mit der Versuche-Variable. Jetzt kommt der erste Versuch. Und das teilen wir dem Zuschauer auch mit. Und sagen, mit Verbindung... ...Versuch... ...Nummer und Leertaste. Und dann kommt unser Versuch-Zähler. Für eine Sekunde. Das soll ja auch nicht zu lange dauern. So. Und jetzt kommt einer der entscheidenden Punkte. Und zwar setzen wir jetzt die Variable Index Mitte neu. Und zwar die Index Mitte. Der Index wird ja immer mit der Suche verglichen. Das heißt, wir müssen jetzt die Index Mitte wirklich auf die Mitte setzen. Bei 1000... ...Zwischen 1 und 5000 muss er also die Mitte finden. Wie finden wir die Mitte? Indem wir folgendes machen. Und zwar addieren wir Index Anfang und Index Ende. Index Anfang 1. Index Ende wäre hier 5000. Und das geteilt durch 2 ist ja schließlich unsere Mitte. Also 5000 plus 1 sind 5001 geteilt durch 2. Jetzt sagst du aber 5001. Das ist ja gar nicht die wirkliche Mitte. Wir haben ja aber im Video auch gesehen, es wird immer dann die nächstgrößere Zahl angeschaut, also aufgerundet. Also müssen wir auch hier runden. Und da finden wir hier zum Glück den Blob gerundet. Und jetzt haben wir also Anfang und Ende geteilt durch 2 gerundet. Und darauf setzen wir die Index Mitte, damit die Index Mitte verglichen werden kann. Also das soll er machen. Erstmal Versuch ändern, dann sagen, dass es der Versuch sowieso ist. Und dann die neue Index Mitte setzen. Ganz am Anfang ist es trivial, deswegen 1 plus 5000 durch 2 geteilt durch 2. Entschuldigung. Und dann runden. So. Jetzt haben wir hier den Optimalfall. Also falls die Index Mitte jetzt schon von der Zahlenliste der Suchzahl entspricht, das Element an der Index Mitte, dann wäre das ja schön, soll er sagen. Jetzt ist es wahrscheinlich am Anfang nicht gleich der Fall. Also brauchen wir zwei neue Falls. Erste Falls ist, falls dieses Element hier in der Index Mitte der Zahlenliste kleiner ist als die Suchzahl. Also falls jetzt kopiere ich mir das das Element Index Mitte von der Zahlenliste also gucken wir welcher Wert es ist kleiner ist als die Suchzahl Variable dann soll er die Variable Index Anfang auf Index Mitte setzen. Warum das? Also die Suchzahl ist ja größer als die Zahl in der Mitte. Also sagen wir die Suchzahl ist 3000 hier ist die Mitte 2500 also ist die Suchzahl größer. Das heißt alles was vor der Index Mitte aktuell steht kann ich ignorieren. Also 1 bis 2499 brauche ich nicht. Deswegen setze ich meinen Index Anfang auf die Index Mitte. Aktuell ist die Index Mitte 2500 also soll der Index Anfang 2500 sein. Das Index Ende bleibt auf 5000 und dann geht es nämlich wieder hier vorne los. Das heißt du siehst wir brauchen eine Wiederholung dann erhöht er wieder den Versuch um 1 und dann wird der die Index Mitte neu berechnet. Index Anfang ist dann 2500 Index Ende 5000 das addiert 7500 geteilt durch 2 sind wir jetzt in der Mitte zwischen 2500 und 5000. so passen wir uns immer die Mitte an mit der wir dann den eigentlichen Wert finden wollen. So das geht natürlich auch in die andere Richtung das wollen wir auch einsetzen das bedeutet falls und jetzt brauchen wir das größer gleich falls die Index Mitte zack größer ist als die Suchzahl also falls die Suchzahl kleiner ist als die Index Mitte andersrum gesagt ja dann brauchen wir die obere Hälfte nicht dann kann er die Zahl 2500 bis 5000 vergessen weil unsere Zahl ist ja 100 also brauchen wir nur den kleineren Kreis genau das umgekehrte müssen wir jetzt hier mitmachen den ziehen wir uns auch runter und zwar nicht Index Anfang soll auf Index Mitte gesetzt werden sondern das Index Ende auf die Mitte ja dadurch ist jetzt mein Suchbereich eingeschränkt und ist nur noch 1 bis 2500 dann fängt er hier wieder an und guckt und halbiert und setzt Index Mitte wieder auf die Mitte zwischen den beiden also 1250 und dann checken wir das durch ist es die Zahl nein ok dann wird überprüft ist denn die Zahl die jetzt in der Index Mitte steht größer oder kleiner als die Suchzahl und dann wird entweder die Mitte wieder nach oben gesetzt oder nach unten gesetzt hei hei ganz schön viel aber damit haben wir eigentlich den Großteil schon verstanden jetzt müssen wir das Ganze nur wiederholen das haben wir ja gesagt und zwar machen wir ein Wiederhole bis wiederhole das Ganze bis ein Fall eintritt und zwar müssen wir zwischen zwei Sachen unterscheiden wir fangen mit der ersten an das soll er ja so lange machen bis wir unser Ergebnis gefunden haben ja also wiederhole das so lange bis eben hier das Element dann kann ich einfach gleich den da nehmen ich löschen bis Element Index Mitte gleich die Suchzahl ist dann sind wir erfolgreich dann soll er ja hier die Erfolgsmeldung geben und dann kann er auch aufhören hier das zu wiederholen aber es gibt ja auch den Fall dass jetzt zum Beispiel eine Zahl nicht in der Liste vorhanden ist also wenn wir jetzt ich lösche mal die 299 raus wenn wir die suchen würden dann würde wir hier bis zum St. Nimmerleins Tag dieses Programm laufen haben weil er findet kein Ergebnis also müssen wir herausfinden wie wir dem sagen können dass diese Zahl wohl nicht da ist und das passiert wie folgt wenn wir es jetzt mal runterbrechen dann läuft es darauf hinaus dass er hier so weit runter arbeitet bis er das Index Ende auf 299 setzt und Index Anfang auf 298 weil er dazwischen vermutet oder bräuchte er ja die Zahl 299 hier in der Zahlenliste gibt es aber nicht das heißt sobald der Unterschied zwischen Index Ende und Index Anfang nur noch 1 beträgt dann ist klar dass die Zahl da auch nicht drin ist und dann können wir es sein lassen also das bauen wir uns so zurecht und zwar Index Ende Minus Index Anfang anfangen ist gleich 1 wenn das der Fall ist dann kann er auch aufhören das müssen wir jetzt hier noch sagen wiederhole bis das oder das er muss ja bei einem von den beiden aufhören also nehmen wir uns hier den oder Operator und sagen bis das da passiert ist oder bis das da passiert ist so lange soll er das machen wenn jetzt dieser Fall eintritt da hört er ja auf das haben wir hier schon gesagt was da los ist dann vermeldet er fröhlich wo er was gefunden hat und wenn jetzt dieser Fall eintritt den müssen wir auch noch abdecken den hängen wir unten dran hier mit einem Fall sowieso weil dann hat er ja aufgehört damit und falls jetzt dieser Fall eintritt falls das also gleich eins ist der Abstand und wir die Zahl nicht finden dann soll er noch eine Fehlermeldung ausgeben dann soll er sagen hier sage wir verbinden das mal Operatoren verbinde verbinde und zwar soll er sagen die Zahl die wir gesucht haben das Variable Suchzahl ist in der Liste nicht vorhanden Punkt Gut jetzt haben wir hier eine Menge Code zusammen geklickt dann wollen wir den mal ausführen ich klicke mal die Katze an welche Zahl suche ich ich suche die Zahl 5 jetzt können wir mit verfolgen wie er hier arbeitet und du siehst wie Index Mitte und Ende immer angepasst werden und jetzt haben wir nach 12 Versuchen heraus gefunden dass die an Stelle 5 fliegt wenn ich jetzt die Zahl 300 suche dann dürften wir auch beobachten können wie Index Mitte Anfang und Ende sich verändern und wir haben heraus gefunden dass die Zahl an Stelle 299 ist auch nur zwei Versuche und jetzt haben wir die Zahl 299 gelöscht dann suchen wir die mal um unsere Fehlermeldung zu testen nicht vorhanden so und daran siehst du dass wir anscheinend immer höchstens 12 Schritte brauchen wir können auch weniger brauchen das beweist die Suche nach der Zahl 2501 die ist nämlich genau in der Mitte und damit hat er sie gefunden dafür hat er nur einen Versuch also es scheint ein Maximum hier zu geben also wenn wir jetzt mal von diesem Maximum 12 Sekunden ausgehen bei einer Listenlänge von fast 5000 ursprünglich also 5000 dann ist es gar nicht so schlecht wenn wir uns jetzt die lineare Suche vorstellen die braucht ja im schlimmsten Fall 5000 Sekunden wir haben oder 5000 Versuche jeder Versuch eine Sekunde Zeit das haben wir hier festgelegt also gar nicht so schlecht 5000 gegen 12 Sekunden im schlimmsten Fall gut ich hoffe das hat dir ein bisschen Spaß gemacht und das verstanden ansonsten schaust dir nochmal an und vielleicht wird es dann nochmal logischer viel Spaß ciao